Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska. Ich arbeite seit zwölf Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbärfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und dann vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbärfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich denn ein, zwei Aspekte aus dem jeweiligen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Diese Folge ist wieder so eine Erklärbärfolge, wobei es aufgrund mangelnder Vorbereitungszeit kein wirklicher Erklärbär geworden ist, sondern vielmehr ein Kaffeekränzchen von Sophie und mir. Wir beziehen uns auf das Gespräch mit Marika von letzter Woche, die ihre große Wohnung gegen ein Leben im Van getauscht hat und beschäftigen uns damit, wie viel Besitz man zum Glücklichsein denn so braucht. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde Mutmachgespräche-Podcast mit Sophie. Hallo. Und mir. Wie immer haben wir schon zwei Stunden gequatscht. Das heißt, es wird jetzt eine kurze Folge, ich habe nämlich dann noch einen Arbeitstermin und Sophie muss ihren Nachtbus erwischen, sonst kommst du nicht mehr zu Hause an, ne? Es wird auf jeden Fall dann schwieriger, aufs Dorf zu kommen. Siehst du, jetzt weißt du mal, wie mir das geht? Ihr Lieben, das heißt, es gibt gar kein großes Vorgeplänkel heute. Ich fasse gleich mal die Folge zusammen, auf die wir uns beziehen und zwar ist das das Mutmachgespräch mit Marika von letzter Woche und Marika hat, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, ihr Leben von 90 Quadratmeter auf 6 Quadratmeter verlegt. Marika hat ganz lange als sehr erfolgreiche Vertrieblerin gearbeitet, hat gutes Geld verdient, hatte eine schöne große Wohnung mit viel Einrichtung. Sophie nickt, du kennst die Wohnung, ne? Ja, also du kanntest die Wohnung. Ich kannte sie im schon halb ausgeräumten Zustand, muss man dazu sagen. Ja, weil du mal durch bist beim Hausflohmarkt und mitgenommen hast. Genau, ja, ich habe einiges mitgenommen. Und dann hat Marika irgendwann beschlossen, sie verändert ihr Leben jetzt und spannenderweise war das alles 2020, hat aber mit Corona gar nichts zu tun, sondern sie hat schon relativ lange gemerkt, dass sie sich in ihrem Job nicht mehr wohlfühlt, dass das wertemäßig nicht mehr so zusammenpasst, was sie da arbeitet und für was sie steht und hat irgendwann dann eine Yogalehrerausbildung gemacht. Also sie ist über Yoga gestolpert, gar nicht so zielgerichtet, hat aber sofort ein Zuhause darin gefunden, auch in dem ganzen philosophischen und spirituellen Unterbau, hat dann eine sehr ausführliche Vierjahresausbildung gemacht und gerade beschlossen, sie macht sich jetzt selbstständig und wird damit weniger Einkommen haben. In und um Regensburg gibt es YogalehrerInnen wie Sand am Meer und dann hat sie überlegt, weniger Einkommen, ich brauche, also ich muss die Kosten reduzieren, wie mache ich das am besten? Die große Wohnung kostet sehr viel, die Wohnung muss weg oder die Mietkosten müssen weg. Was ich ganz spannend fand, dass sie eben nicht gesagt hat, sie muss jetzt hier Van live ausprobieren und aus der Wohnung raus, sondern es war sehr pragmatisch, ich muss Kosten reduzieren, Wohnkosten sind teuer, reduziere ich doch die mal. Ja, genau, ganz praktisch gedacht. Ja, sie war überhaupt in allem sehr pragmatisch, ne? Voll. Ich fand die Kombi geil, so aus diesem spirituellen Yoga, also sie kann ja wirklich mit diesem philosophischen, ich glaube, Stunde entfüllen. Ja, und trotzdem die Füße so am Boden. Vollständig, sie wirkte auch so, wir kannten uns ja nicht, das hat Spaß gemacht, das fand ich eine sehr coole Kombi. Ja, und dann hat sie sich einen Van gekauft, einen ausgebauten, wo die Dusche und die Küche und alles drin ist, alles auf sechs Quadratmetern und ist dann auch in knackiger Zeit, in wenigen Wochen hat sie ihr Leben komplett umgekrempelt und lebt, arbeitet, reist jetzt mit ihrem Zuhause, sie ist wie ein Schneckenhaus immer dabei, die zwei Katzen wohnen mit im Van. Ja, und fühlt sich damit sehr wohl, ne? Ja, genau. Ist sich auch sicher, sie wird in diesen alten Job nicht zurückkehren und jetzt ist sie gerade ganz fleißig dabei, sich so ihre Selbstständigkeit neu aufzubauen. Das war die Zusammenfassung. Erste Frage wie immer, wie ging es dir mit der Folge? Ja, ich kenne ja die Geschichte von der Marika schon so ein bisschen, also so ganz, ganz entfernt habe ich das quasi mitgekriegt. Magst du kurz verraten, von wo ihr euch kennt? Ja, kann ich machen. Wir wohnen oder haben beide in Tegernheim gewohnt, also sie hat das ja auch gesagt, wo sie gewohnt hat und da gibt es seit letztem Jahr eine Solawi, also eine solidarische Landwirtschaft, ein Verein, der ein sehr großes Feld bestellt und alle Mitglieder quasi dieses Vereins helfen in der Theorie mit und ernten dann auch alle gemeinsam und da haben wir uns kennengelernt, weil die Marika da auch mit eingetreten ist in den Verein und ja, über ein bestimmtes Projekt quasi innerhalb wiederum dieses Vereins haben wir uns kennengelernt. Und Marika ist, glaube ich, jetzt noch Mitglied, meine ich, holt aber kein Gemüse mehr und so, weil sie gesagt hat, so im Van ist das ein bisschen kompliziert, jede Woche mit so viel Gemüse. Genau, aber da haben wir uns kennengelernt und da war das gerade schon in dieser Umbruchsphase, also da war schon irgendwie klar, okay, sie will in den Van umziehen und ich weiß noch, wie ich so am Feld mit ihr saß, mal im Sommer und ich meinte, echt cool, coole Idee, wow, mutig. Also das, was sie halt auch gesagt hat, was so häufig die Reaktionen waren, war auch meine Reaktion und ich habe das dann so am Rand ein bisschen mitverfolgt, also über ihren Status und Facebook und so. Sie ist ja schon Social Media mäßig relativ aktiv und ja, wo sie den Flohmarkt hatte, war ich dort, da haben wir auch den Van mal angeschaut, die Hedi. Ach, du kennst den? Ich kenne den, ja, ja. Das ist echt witzig. Also es ist, also für mich nicht so ganz vorstellbar, dass das immer geht. Ich meine, man kennt das ja so ein bisschen so mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren oder mit dem Zelt, das geht schon mal ein paar Wochen. Aber so für immer, wobei ich es auch wieder spannend finde, diese Reduzierung wirklich auch vor allem von deinem materiellen Zeug auf das Wesentliche. Ja, also weil ich habe mir das jetzt auch wieder gedacht, wo wir umgezogen sind. Alter, wie viel Scheiß. Und da haben wir, glaube ich, noch im Vergleich, glaube ich, wenig Kram oder weniger. Und trotzdem hatten wir Kisten über Kisten über Kisten über Kisten und haben aus dieser Wohnung Zeug rausgetragen, wo ich mir dachte, das gibt es doch nicht, das muss doch mal aufhören. Und jetzt müssen wir es alles wieder ausräumen. Aber schauen wir mal. Die Eindrücke sind auch so frisch. Ja, 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 voll. Ja, und da dann diese Überlegung zu sagen, okay, ich reduziere mich auf sechs Quadratmeter. Ja, Respekt. Immer noch. Ich habe mich damit ein ganzes Stück schon beschäftigt, als wir die Folge mit der Steffi hatten damals, die ins Tiny House gezogen ist. Ja, mit dem Tiny House, genau. Was ja nochmal ein Riesenunterschied ist, weil erstens ist das Tiny House doppelt so groß. Ganze zwölf Quadratmeter. Und zweitens steht das ja fest, auf einem festen Platz. Und Marika ist mit ihrem Zuhause unterwegs. Genau, und das wiederum ist was, was ich sehr cool finde. Also die Vorstellung, ich packe meinen Krempel quasi jederzeit ein oder die drei Habseligkeiten, die ich vor dem Bus stelle und fahre dann irgendwo anders hin und kann den Abend dort verbringen, am See und da und dort. Also ich habe das letztes Jahr ja auch so ein bisschen kennengelernt, als ich einen Kurs gemacht habe über ein halbes Jahr, der am Wochenende immer, also immer einmal im Monat am Wochenende stattgefunden hat. Und da waren ein paar Leute dabei, die auch immer mit so Bussen kamen. Die Buscrew hieß die dann. Und die haben sich auch immer, ich meine, das ist ja in Deutschland nicht immer so erlaubt, sich überall hinzustellen, aber so für eine Nacht kann man das dann schon mal machen. Und da habe ich das auch so ein bisschen kennengelernt und fand, habe gemerkt, also ich weiß, unser nächster Urlaub wird irgend sowas werden. So mit einem Bus oder mit einem Dachzelt oder sowas. Also irgendwas, wo ich sage, ich kann relativ zügig den Platz wechseln und mich schnell kurzfristig irgendwo niederlassen. Das finde ich eine total spannende Form des sich Fortbewegens und auch ein Land zu entdecken. Ja, Marika hat ja auch gesagt, das ist erst mal für jetzt. Sie legt sich ja gar nicht fest, dass das jetzt ihr Leben für immer ist. Sie hat ein paar Möbel auch eingelagert. Ich fand es so spannend, dass sie auch gesagt hat, sie hat relativ viel mit in den Bus genommen, was in meinem Kopf gar nicht geht, und lebt da jetzt schon ein ganzes Stück und ist aber immer noch am Aussortieren, am Reduzieren und meint, sie hat da immer noch zu viel drin. Das verstehe ich aber, weil als ich sie damals besucht habe, da war sie schon so ein bisschen am Einrichten und so. Und da hast du gemerkt, da war wirklich so jede Ecke des Busses sehr optimal ausgenutzt. Und da kann ich wiederum nachvollziehen, zu sagen, na ja, da noch so ein bisschen mehr Luft, das so ein bisschen luftiger zu gestalten, also da mehr Luft reinzubringen, verstehe ich. Wobei ich mir auch schwer vorstellen kann, wie man die Dinge, die man auf sechs Quadratmeter bekommt, noch reduzieren kann. Na, was lässt du los? Ja, genau. Sie hat es ja auch so schön gesagt. Ja, das arbeitet in mir. Ihr Lieben, es ist jetzt mal wieder schade, dass man sich im Podcast nicht live austauschen kann, weil es mich sehr interessiert, wie es euch damit so geht. Jetzt für euch die Vorstellung ist, also findet ihr das reizvoll? Ihr könnt da mal schreiben, wenn ihr Lust habt. Oder ist das eher so, oh Gott, nein. Weil ich habe, also wir haben etliche im Freundeskreis auch, für die so ein Tiny House eine ganz reizvolle Idee ist. Und wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, ich hätte lieber ein Lotto gewinnen und ein Schloss mit einer riesen Bibliothek. Und Pool. Und verstehe das andersrum aber schon. Wir haben ja da im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, was nehmen wir denn als Thema heute? Ihr Lieben, für euch schon mal zur Vorwarnung, wir beschränken uns nicht auf ein Thema, sondern wir hüpfen so ein bisschen durch Marikas Folge. Aber diese Idee davon, dass Besitz eben auch belasten kann, dass es einem zu viel wird, dass es schwer wird, dass es nicht mehr luftig wird um dich rum, ich finde die schon spannend. Und es ist eine Erleichterung, sich zu reduzieren. Das ist das, was Marika beschrieben hat. Je mehr sie losgeworden ist, umso leichter hat sie sich gefühlt. Als ob sie mit dem, was sie im Außen loslässt, auch innen mehr Platz schafft. Ja, ich finde das so spannend, weil es, ihr überlegt es halt jetzt gerade so für mich. Ich meine, ich habe jetzt einen Großteil meiner Sachen alle in den letzten Wochen mal in der Hand gehabt. Und es gibt halt auch so viele Dinge, an denen ich hänge. Also wo ich dann mir gar nicht vorstellen kann, die wegzugeben. Das ist es ja. Das ist ja das, was dann das Spannende ausmacht, weil wahrscheinlich jeder von uns relativ schnell rausfindet, was brauche ich denn tatsächlich. Aber die meisten Sachen, wo das Loslassen schwerfällt, haben ja nichts mit Brauchen zu tun. Ein Fotoalbum von deiner Kindheit ist nichts, was du im täglichen Leben brauchst. Ja, genau. Aber wegschmeißen geht halt auch nicht. Also das, das, also für mich jetzt so mal ganz spontan rausgeschmissen, das wäre als ob ich, und ich, irgendwie kann ich abrufen, dass das nicht stimmt, aber es wäre als ob ich so einen Teil meiner Kindheit wegschmeiße. Das ist doch faszinierend, oder? Wie sehr wir Erinnerungen und Gefühle an Dinge hängen, an Dinge koppeln. Weil das ist offensichtlich was, was Leuten wie Marika, ich nehme jetzt sie als Beispiel, aber es gibt ja tatsächlich schon seit Jahren einen relativ großen Trend. Also sie ist jetzt ja nicht der Alien, der sich das ausgedacht hat, sonst ist jetzt auch nicht so schwierig, sich so einen fertig umgebauten Van zu kaufen. Den Leuten scheint das ja nicht so schwer zu fallen. Und ich zerre auch bei sämtlichen Umzügen mit, ich lache, weil mein Mann das jedes Mal wegschmeißen möchte und ich schwer entsetzt bin, er macht das auch nur zum Spaß, aber ich finde das Blasphemie. Ich habe aus dem Antiquariat ein Oscar Wild Buch, was so richtig alt aussieht und so riecht und ich habe das für meine Facharbeit in der zwölften Klasse gekauft. Ich liebe dieses Buch, braucht kein Mensch, aber das kommt bei jedem Umzug mit. Sophie lacht sich gerade halb tot. Würdest du mir verraten, warum? Alter, ich bin empört. Ich habe vollstes Verständnis für dich. Sagst du mit einem süffisanten Ton. Jetzt sag nicht, du verstehst das nicht. Es ist ein Oscar Wild Buch. Ich verstehe es. Ich lache jetzt gerade, weil ich außerdem noch an jemanden denken muss, wo ich meinen Umzug mitgemacht, mitgeholfen habe. Und der hat, also der junge Mann war in seinen Mitte-30ern und hat die Studienunterlagen aus dem ersten Semester seines Physikstudiums umgezogen. Oh, meine Physikunterlagen habe ich verbrannt, sobald es ging. Ich meine auch aus dem Vordiplom, aber das war offensichtlich für denjenigen sehr wichtig. Ja, und da ist die Frage, warum. Finde ich faszinierend. Ihr Lieben, ihr könnt ja mal mitgehen, während ihr anhört und auch mal überlegt, was sind so die Sachen, an denen ihr hängt. Ich habe das auch mal durchgespielt, wenn es jetzt brennt, was sind die Sachen, die du zuerst daraus rettest und klar sind das Unterlagen, Dokumente, Geburtsurkunden und sowas. Nach den Menschen und Tieren natürlich, das ist eh selbstverständlich. Aber was ist dann das, was du unbedingt mitnehmen musst? Oder während der ganzen Geflüchtetenwelle, wenn die Leute halt mitnehmen können, was sie tragen und nicht mehr, was nimmst du mit, was reduzierst du? Also wer bist du ohne deinen Besitz? Was ist wichtig? Das sind so hochphilosophische Fragen. Ich finde das aber total spannend. Was würdest du mitnehmen? Ich überlege jetzt gerade schon. Ja, hauptsächlich Erinnerungen. Also gar nichts irgendwie so. Überlege gerade, ob ich meine Küchenmaschine noch irgendwie mir unter den Arm klemmen könnte. An der hänge ich sehr. Das wäre auch gut für uns. Nein, das war jetzt eher ein Spaß. Aber so Erinnerungsstücke. Fotos von meinem Pferd Erinnerungen. Ja. Sowas. Und das Gefühl ist ja nicht weg, nur weil man diese Gegenstände nicht hat. Ja, aber es gibt Sachen, die hängen quasi bei uns irgendwo in der Wohnung und dieses Gefühl, daran vorbeizugehen zu können und da mal so drüber zu streichen. Das ist wie so ein, kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber das macht schon was mit mir. So eine Verbindung, da öffnet sich eine Tür innen. Ja, genau. Vielleicht ist es das. Ihr Lieben, ihr habt es wahrscheinlich ihr schon mitgekriegt, das ist heute mehr wieder ein Wir quatschen und denken nach dabei. Eine Episode, weil man könnte das mit Sicherheit alles psychologisch gut erklären. Es war diesmal die Zeit nicht, diese Studien rauszusuchen, um das ordentlich zu erklären. Du winkst gerade schon ab, ist heute nicht unser Anspruch. Mal gucken, was eure Gedanken dazu sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns teilhaben lässt. Lasst dann nachträglich. Ja, genau. Das ist so diese eine Seite, dass man an Erinnerungsstücken hängt, dass zu den Besitzstücken ja auch immer ein Gefühl damit verbunden ist, bestimmte Erfahrungen. Und auf der anderen Seite dann eben diese große Bewegung, die sagt, wir müssen mehr Minimalismus leben und uns befreien und weniger Besitz, weil Besitz eben auch schwer sein kann und belastet. Wenn du viel hast, brauchst du ja auch erstmal den Raum, die Kapazitäten. Den Platz, ja. Dann nimmt das Zeit, weil du mit den einzelnen Sachen dich ja dann doch irgendwie beschäftigen möchtest auch. Also schon allein die technischen Geräte. Das lädt ja ein, wenn du ein Handy hast, beschäftigst du dich mit dem Handy. Wenn du ein Tablet hast, sitzt du am Tablet. Wenn du einen Fernseher hast, wird der angeschalten. Also je mehr du hast, umso mehr Möglichkeiten, sich mit dem zu beschäftigen. Und irgendwie wird ja aber der Tag nicht länger, nur weil wir mehr besitzen. Wäre manchmal praktisch. Also ich verstehe diesen Gedanken. Dieser Schwere. Ja, dass viel haben auch was nehmen kann. Dass das nicht nur mehr gibt. Dass du jetzt kein glücklicherer Mensch bist, wenn du 300 Paar Schuhe hast. Ja, wobei das ja immer so eine ganz persönliche Sache ist. Weil ich meine, wir sind jetzt umgezogen und wir haben jetzt einen Garten von ein bisschen was über 1000 Quadratmetern. Und häufig ist die Reaktion von Leuten, wenn ich das erzähle, oh Gott, die Arbeit. Oh mein Gott. Das ist die meiste Reaktion auf diesen Garten. Und der Daniel und ich stehen immer da so, hä, wo ist denn das Arbeit? Da passen Laufenden rein. Also von daher, glaube ich, ist das ja auch immer so eine ganz persönliche Sache, ob das jetzt für mich ein Ballast ist oder ob es für mich ein ganz normales oder eine Bereicherung. Ja klar, es ist immer individuell. Das ist auch das, was ich euch heute so ein bisschen, wo ich euch mal stupsen will. Denkt doch da mal drüber nach, wenn ihr Lust habt. Und ist das für euch eine Bereicherung? Fühlt ihr euch wohler, wenn ihr viel habt? Oder ist es was, was manchmal durchaus einengen kann? Na, schwierig wird es ja dann auch, finde ich, wenn aus diesem, na, wenn da so ein Zwang draus wird. Oder? Dass du mehr brauchst? Ja, so ein Brauchen, genau. Also wenn ich noch ein paar Schuhe mehr brauche oder noch in der Farbe die Schuhe und noch in dem und dööööö. Ja, beim Zwang sind wir dann ja schon wieder, wenn du keine Wahl mehr hast, das ist in der Regel immer eine Kompensierung. Wenn du damit ein Gefühl herstellen möchtest oder dir ein Gefühl erkaufen quasi, was du auf einem anderen Weg nicht zu bekommen scheinst. Also wenn du einen schlechten Tag hast, kaufst dir was, dann freust du dich. Es wäre auch anders möglich, zu Freude zu kommen. Aber das ist halt dann die Verknüpfung. Oder du hast hart gearbeitet, willst dich belohnen. Das ginge auch anders als über Konsum. Nur, du hast ja gesagt, ein Zwang. Also wenn ich schon was Neues kaufen muss, bleiben wir bei dem Klamottenbeispiel. Ich brauche noch ein paar Schuhe, das muss alles zusammenpassen. Solange es kein Zwang ist, kann das einfach ästhetische Freude sein. Du so kombinieren möchtest, dass alles zusammenpasst und das kann total Spaß und Freude machen. Kann aber auch dahinter stecken, nee, was denken denn die Leute, wenn ich jetzt rote Schuhe zu einer gelben Jacke an habe. Wo du gar nicht so sehr bei dir bist, sondern bei der Außenwirkung. Ah ja, stimmt. Deswegen, ja, das ist völlig individuell auch das, was dahinter steckt. Dich hängt ja echt bei Marikas Folge. Ich finde das so faszinierend, diese Idee, eine 90 Quadratmeter Wohnung so zu reduzieren, dass es sechs Quadratmeter sind. Allein meine Bücherwand und ich hänge an meinen Büchern. Ich bin jedes Mal sehr, sehr stolz, wenn ich es wieder geschafft habe, Bücher auszusortieren. Und die landen dann entweder bei Freundinnen oder in der Schülerbücherei oder oder. Also weggeben, wenn ich dann auch nicht weiß, wo die landen, ist ein bisschen schmerzhaft. Versteht man mal null? Der sagt auch bei so vielen Büchern, du liest die nie wieder. Ich dachte, ja, ist richtig. Aber das sind die schönsten Möbel. Ja, aber du könntest sie dir ja elektronisch holen. Ja, aber dann sehe ich sie ja nicht. Ich finde, ein Bücherregal ist einfach schön. Dann fühle ich mich sofort wohl. Das hat für mich eine Gemütlichkeit. Mein Lieblingsmann sagt, Staubfänger. Kann man gut einheizen. Der Humor deines Mannes. Immer wieder schön. Wir vermitteln dieses Gespräch in regelmäßigen Abständen. Da geht es mir so, wie bei dem, was du vorher gesagt hast, das sind Erinnerungen. Nein, ich streife mit meinem Blick irgendein Buch, bin sofort in der Geschichte und in dem Gefühl drin. Unser Großer ist 15. Ich weiß genau, was ich im Wochenbett gelesen habe mit ihm. Und wie ich mich dabei gefühlt habe. Es ist, als ob dieses Buch eine Brücke ist. Und das bräuchte es nicht. Da würde ich auch anders hinkommen. Aber wenn es da steht, denke ich halt auch dran, ohne äußeren Anlass. Aber brauchen wir das dann? Also wenn du jetzt auf sechs Quadratmeter runter müsstest, dann müsstest du dich ja von diesen Büchern trennen. Du kannst ja nicht alle mitnehmen. Ja, ist das nicht schrecklich? Und ich hätte keine Badewanne. Nee, natürlich brauchen wir es nicht. Ich glaube auch, dass du mit weniger Besitz, mit weniger, was dich umgibt, viel, viel mehr in der Gegenwart bist. Wenn die Marika aus ihren sechs Quadratmetern früh aus ihren Busfenstern guckt, dann sieht die die Natur und die sieht den Wandel und die Jahreszeiten und was halt gerade jetzt in diesem Moment echt ist. Ich sehe viel mehr Vergangenheit oder Gewohntes. Ich weiß es ja nicht, ich habe sie das auch nicht gefragt, aber ich stelle mir das so vor, dass du viel mehr präsent bist in dem, was jetzt gerade aktuell ist, wenn dich nicht so viel Gewohntes umgibt. Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich müsste, um die richtig gut beantworten zu können, also was würde ich mitnehmen auf sechs Quadratmeter? Ich müsste einmal durchs Haus laufen und gucken, was springt, also was wäre ja jetzt das, was ich mitnehmen würde. Ist zurzeit halt auch schwierig, weil ein Großteil unserer Sachen noch in Umzugsverkaufs ist. Ihr liebt nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Wir sitzen nicht hier und sagen, das ist der optimale Lebensstil und alle müssen sich jetzt reduzieren oder jeder muss auf sechs Quadratmeter leben können. Überhaupt nicht. Es ist nur wirklich interessant, mal zu gucken, an was hängen wir warum. Ja, ja. Und was brauchen wir und was braucht es nicht, was ist aber einfach schön, also wirklich diese Reduzierung aufs Wesentliche, um dann das, was an mehr da ist, auch bewusst genießen zu können. Ja. Auch so bestimmte Deko-Sachen braucht kein Mensch, aber es ist schön, macht Spaß. Ja, wobei ich da auch so einen Moment mal hatte nach einer Trennung, was ja immer dann, also was ja schon dazu führen kann, dass man sich so ein bisschen neu sortiert. Und da hat mir damals eine Freundin geholfen, weil da ging es auch ums Ausräumen, Umräumen und auch so ein großes Regal von Ikea, kennt man ja, diese würfelartigen, viele Bücher drin, Deko-Zeug drin, bla bla bla. Und ich wollte das ausräumen und mich reduzieren, auch in dem Fall. Und mir ist das so schwer gefallen, ich konnte es nicht. Da waren Bücher dabei, die eine Hand gehabt haben, kann ich nicht wegtun, kann ich nicht wegtun. Und dann stand die Freundin da und hat das Buch vor mich hingehalten und hat gesagt, wie oft hast du reingeschaut, von wem ist es, warum willst du es behalten? Und mir ist dann bei vielen Dingen klar geworden, dass ich sie behalten will, weil ich sie mal geschenkt bekommen habe. So als Verpflichtung? Ja. Kann man doch nicht machen. Genau, fand ich. Aber also das war für mich so eine Erkenntnis. Und dann so zu merken, okay, warte mal, was passiert denn, wenn ich die jetzt weg tue? Niemand stirbt dabei. Ah, spannend. Ja, aber dann, also ich merke dann schon, ich tue mich dann schon auch leichter, wenn ich weiß, ich gebe es irgendwo hin und es landet nicht im Müll. Also das ist für mich schon so ein Punkt auch noch. Aber das war ein spannender Moment. Und seitdem, seitdem mir das bewusst geworden ist, fällt es mir auch leichter, Dinge wegzugeben. Verstehe ich. Seit mir bewusst geworden ist, dass es manchmal wie so eine Pflicht ist, dass ich denke, ich muss es aufheben, weil ich habe es ja geschenkt bekommen. Weil der andere sonst gekränkt ist, wenn du das Geschenk nicht schätzt. Ja. Wenn wir bei Büchern bleiben, bin da auch immer die Wände durch und ich wollte bestimmte Bücher gar nicht hergeben, sondern die aufheben für die Enkel. Erst für die Kinder und dann für die Enkel. Und da geht es aber auch wieder nur um Gefühl. Weil ich weiß, was ich mit diesen Geschichten an Gefühl verbinde und wie wohl ich mich damit gefühlt habe. Und es ist aber auch zum Teil völlig schwachsinnig. Weil wenn man jetzt durch die Buchläden geht, die Kinderbücher sind so wunderschön illustriert. Es gibt da so tolle Sachen. Die sind zehnmal schöner als das, was ich da aufheben will. Und wir haben in der Grundschulbücherei, wo ich ja jetzt jahrelang vorgelesen habe, die Innet-Bleiten-Reihe. Fünf Freunde. Oh, die habe ich auch gelesen. Ich habe die geliebt. Geheimnis um. Habe ich alles gelesen. Die leiht kein Mensch aus. Und ich habe da nochmal reingeguckt, das ist so oldschool. Das liest halt kein Kind mehr. Echt? Und dann kommen halt keine Handys vor, weißt du? Und so die Lebenswelt von heute bildet das überhaupt nicht ab. Wenn die Kinder heute in einem Geheimnis auf der Spur sind und irgendwas nachgucken wollen, die machen Google Maps auf. Das hat mit den Büchern nichts mehr zu tun. Oh Gott. Was sage ich jetzt? Ihr seht so fies Gesicht nicht, was tragisch ist. Ich bin ein bisschen bedrückt. Weil du Innet-Bleiten auch gelesen hast? Ja. Es sind sehr, sehr schöne Geschichten gewesen. Vor 25 Jahren. So lange kann das noch nicht sein. Naja. Kommen wir zurück zum Punkt. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Wir halten an Gefühlen fest. Und ich sage nicht, dass das negativ ist oder dass man das nicht tun sollte. Es ist einfach nur interessant. Ihr könnt euch ja wirklich auch mal fragen, wenn ihr Sachen kauft, die ihr jetzt nicht braucht. Warum kauft ihr Sachen? Mit welcher Motivation? Ich habe die Tage einen Podcast gehört. Ich glaube von der Zeit. Ein Interview-Podcast mit Farin. Nee, Hotel Matze war es. Hotel Matze mit Farin Urlaub. Oh, den wollte ich auch noch hören. Der ist mega. Hören dir an. Sehr gut. Und Farin Urlaub hat unter anderem erzählt, dass der ja nun schon seit vielen, vielen Jahren ausgesorgt hat, nicht mehr arbeiten müsste und sich ziemlich viel kaufen kann. Und der sich aber immer fragt, will ich das wirklich kaufen? Und dann immer wartet. Zum Teil hat er auf irgendwas, was er wirklich haben wollte, zwei Jahre gewartet. Und erst als er es dann immer noch haben wollte und sich bei dem Gedanken daran, das zu kaufen, immer noch gefreut hat, hat er es sich gekauft. Wie cool. Und er genießt dieses Worten. Damit er nicht aus einem Impuls heraus irgendwas kauft, was er dann hinterher doch nicht mehr braucht. Oder wo er denkt, war jetzt so ein kurzes Vergnügen. Was mir jetzt gerade einfällt, was ich sehr spannend finde und da machen wir jetzt gleich ein bisschen Werbung. Eine Freundin von uns hat ja einen Nachhaltigkeitsblog auf Instagram und die hat jetzt im Zuge dessen, dass, ich sage es jetzt mal, bald Weihnachten ist, angefangen immer mal wieder zu posten, Geschenke, die nachhaltig sind und nicht einfach nur ein Staubfänger. Weil das ist, die hat es in ihrem ersten Post ganz schön beschrieben und das finde ich nämlich auch ganz cool, so dieses, wenn man dann so schnell noch kurz vor Schluss Geschenke kauft für den und für den, weil man denkt, man braucht ja Geschenke zu Weihnachten. Und dann kauft man die 500ste, den 500sten Kerzenständer und die 300ste, weiß ich nicht was, Duftlampe für X und Y, die dann auch nur wieder rumstehen. Und da sich Gedanken zu machen, zu sagen, okay, was gibt es denn für Geschenke, die vielleicht sich auch verbrauchen, also die gar nicht so dann dieser Staubfänger im Regal sind, das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Die sich entweder verbrauchen oder halt Unternehmungen, ne? Genau, das stimmt, ist auch eine coole Idee. Eins meiner coolsten Geschenke bisher, eine Eselwanderung. Hach, wer die wohl geschenkt hat? Ich denke mal da noch ein bisschen drüber nach. Ich werde tatsächlich heute ab und wenn ich heimkomme mit einem anderen Blick nochmal durch die Wohnung gehen. Ja, das wäre, also das werde ich auf jeden Fall auch machen. Aber ich fände jetzt auch mal, also wenn da draußen jemand Lust und Laune hat zu schreiben, schreibt mal bitte, weil ich finde da so den anderen Blick von anderen Leuten auch mal spannend jetzt. Wobei wir jetzt eh regelmäßig ausmisten, ne? Auch unter diesem Nachhaltigkeitsding, dass man eben nicht noch was braucht und noch was braucht. Ich habe da eine Zeit lang mal jemanden verfolgt, die macht so Stylingberatung, aber halt auch eben nachhaltig. Und die sagt, wenn du einkaufen gehst, du brauchst so einen Grundstock an Farben, die auch alle miteinander kombinierbar sind. Und kauf immer nur Klamotten, die auch zu was, was du schon hast, passen. Okay. Weil dann, also nicht, ich habe jetzt das Oberteil, das passt aber zu nichts, was ich sonst habe, er muss jetzt noch mehr kaufen. Das ist so logisch, so einfach und trotzdem habe ich gedacht, ah gut, dass das mal jemand sagt. An sich ist das ja völlig klar. Meine Cousine hat das relativ lange ausführlich gemacht. Das jetzt noch gilt, weiß ich nicht, aber die war mal auf so einem Minimalismus-Trip. Und war sehr glücklich damit auch. Ich habe gesagt, mach das Leben ein bisschen leichter. Also sich zu reduzieren mit den Dingen, die man so hat. Ja, genau. Sich aufs Wesentliche zu reduzieren. Wo es eben nicht darum geht, hey, ich kann jetzt am meisten weggeben und ich habe das ausgemistet und das, sondern was macht mein Leben schöner? Und die Chester, das ist eine, mit der ich auch über Facebook und Instagram und so verbunden war, die hat eine bestimmte Anzahl an Büchern immer nur. Das sind nicht viele, 30 oder so, ich weiß es nicht. Oder noch weniger. Und wenn die Neues dazu holt, muss ein anderes gehen. Finde ich ja ganz grausam, aber nur, weil es sich um Bücher handelt. Bei anderen Sachen kann ich mir das total gut vorstellen. Nein, wir haben jetzt bei uns daheim ein Buch rumliegen. Simplify Your Life. Das ist ja so ein Oldschool-Renner aus der bisschen eh so angehauchten Schiene, glaube ich. Der aber am Anfang sehr praktisch ist. Also dieses Buch hat wirklich sehr viel Praxisbezug. Und die sagt zum Beispiel auch, oder der Autor, ich weiß gar nicht mehr genau, dass immer 25 Prozent des Regals oder des Schranks oder was du auch an Möbelstücken hast, soll frei sein. Damit du quasi immer dieses Luftige, diesen Platz quasi hast. Fand ich auch spannend. Ja, und dann hast du das ja wie außen im Innen. Wenn es außen luftiger ist und frei, macht das im Inneren ein Gefühl und andersrum. Also in meiner Gefühlswelt, meinst du jetzt? Ja, wenn außen alles sehr, also wenn deine Umgebung, deine tatsächliche physische Umgebung sehr vollgestopft ist, sehr bunt, ist ja auch eine gewisse Reizüberflutung. Das hat eine Wirkung. Und mein Schwager zum Beispiel, bei dem weiß ich, der braucht es im Außen total strukturiert und eben auch wenig Deko, wenig verschiedene Farben und so, damit der sich innen aufgeräumt fühlt. Damit der klar denken kann und so. Wenn das Außen zu chaotisch ist, fühlt er sich innen unwohl. Das kenne ich wiederum aus den Situationen, wenn es stressig ist im Außen bei mir, dann packe ich quasi das unauf, also bei uns ist es immer so leicht unaufgeräumt. Es ist also dieses, was manche so hinkriegen mit die Kissen sind immer ordentlich am Sofa und sowas, das schaffen wir einfach nicht. Bei uns liegen immer Bücher rum, es ist immer ein bisschen chaotisch. Und dieses Chaos, mal jetzt in Anführungsstrichen gesagt, das packe ich, wenn ich, wenn alles easy ist, packe ich das echt gut, da stört mich das auch nicht. Aber wenn ich viel Stress habe, dann komme ich heim und bin mega genervt, wenn es dann da noch so chaotisch ist. Ja, genau das ist es. Ist es das dann? Ja, weil du kannst es ja nicht trennen, die Außensicht von der Innensicht. Und das machen ja auch viele, dass die erst mal im Außen aufräumen, wenn es eigentlich in der Gefühls- oder Gedankenwelt was zu klären gibt. Mein Lieblingsmann, wenn der vor großen Problemen steht, die ihn sehr beschäftigen, der hat jahrelang in dem Moment relativ unbewusst angefangen, Fenster zu putzen. Und nachdem der dann wieder eine klare Sicht hatte, hat er im Innen eine Lösung gefunden. Oder währenddessen, aber so als Weg, das wäre so das Letzte, was mir einfallen würde. Wenn ich eine Lösung brauche, sie anfangen Fenster zu putzen, ist aber schlau, ist sehr einleuchtend. Du dir eine klare Sicht verschaffst. Ja, spannend. War jetzt gar nicht so zielgerichtet. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, sie hat, hey, du machst das immer dann, wenn. Oh, schlau. Aber kann ich dann quasi auch so ein bisschen durch mein Außen mein Inneres beeinflussen? Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, du kannst nicht nur, weil außen immer alles schön ordentlich ist, sagen, ich löse meine inneren Gedankenknoten nicht oder ich kümmere mich um meine Gefühle nicht. Nur vom äußeren Putzen geht es nicht weg. Es kann das aber unterstützen. Und bei Leuten mit Putzzwängen zum Beispiel oder die wirklich, die die Krise kriegen, wenn es eben so ganz un, wenn die Ordnung gestört ist. Geht es doch gar nicht mal um unaufgeräumt, sondern wenn die Ordnung gestört ist, wenn ein Buch schief steht oder irgend sowas. Das ist wieder schwierig, weil die verlagern was. Die versuchen im Außen ein Problem zu lösen, ohne ihre Denkweise zu verändern oder sich um die Gefühle zu kümmern oder so. Das geht nicht. Also du kannst dich unterstützen damit. Du kannst dir deine Umgebung so schaffen, dass du in dir, naja, wirklich wie außen zu innen, wenn der Raum außen so ist, dass du dich wohlfühlen kannst, dann kannst du dich mehr auf das konzentrieren, was dich gerade beschäftigt. Du sagst, ich müsste mich jetzt mit gewissen Themen, Problemen und so weiter beschäftigen und mich lenkt aber ab, dass im Außen noch totales Chaos ist. Dann ist das sehr sinnvoll, erstmal im Außenordnung zu schaffen, dass du dann die Atmosphäre hast, wo du sagst, und jetzt kann ich mich auf mich konzentrieren. Nur wenn du halt sagst, ich kann mich erst mit meinen Themen beschäftigen, wenn meine Umgebung dementsprechend perfekt ist, dann wirst du ja nie fertig. Also du kannst nie anfangen damit. Das ist ja auch eine gute Ausrede. Und bei gewissen Zwängen, so Putzzwängen und so, ist es ja schon oft, dass man versucht, irgendwo Kontrolle zu kriegen, eine Lösung herzuschaffen, wo es eigentlich nicht um die unaufgeräumte Küche geht, sondern um völlig andere Sachen. Unterstützen geht aber auf jeden Fall und ist auch sehr, sehr sinnvoll. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Jetzt sind wir ganz schön gehüpft, ne? Ja, ich habe es auch gerade überlegt. Ja, irgendwie sind wir bei Marika und ihren sechs Quadratmetern gestartet und sind jetzt bei Außen und Innen gelandet. Wobei mich das jetzt wieder zurückbringt eigentlich zu Marika, weil du ja gemeint hast, dass irgendwann zwischendurch waren wir da auch schon mal. So von wegen, dass es halt, wenn man weniger Besitz hat, um den man sich kümmern muss und der einen ständig vielleicht auch ablenkt und so weiter, mehr in der Gegenwart ist. Na und das macht ja irgendwie schon auch Sinn. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das am besten formuliere irgendwie, dass man meinen etwas konfusen Gedankengang, der sich gerade in meinem Kopf entwickelt hat, versteht. Weil ja dann diese Konzentration auf die Gegenwart viel leichter fällt, wenn ich, also weil ich habe ja dann im Außen gar nicht so viel, was mich ablenken kann. Und dann habe ich halt so eine Fokussierung auch im Inneren viel einfacher, oder? Na, wenn du es genießt. Wenn das so selbstbestimmt ist wie bei Marika. Wenn du im Außen wenig hast, aber aus einem Mangel heraus, weil du es dir nicht leisten kannst, oder? Ja gut, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir knüpfen so, ja schon, irgendwie knüpfen wir ein bisschen an, an den letzten Erklärbär, wo es um Existenzangst ging. Da war ja so die Angst, was ist, wenn ich nichts mehr habe, wenn ich alles verliere? Und jetzt gucken wir uns das gleiche Spiel ja aus einer anderen Sicht nochmal an. Stimmt. War nicht abgesprochen, aber hat sich so gut ergeben. Bei dem Ersten ist dieser Mangelgedanke. So, ich brauche das, sonst geht es mir schlecht. Und jetzt gucken wir uns von der anderen Seite an. Wenn ich zu viel habe, kann es mich aber auch belasten. Wir haben wirklich die Frage, wer bin ich denn ohne den Besitz? Bei der Existenzangst haben wir schon gemerkt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann verhungert unter der Brücke liegst, ist nicht so hoch, wie die Existenzangst das manchmal vorgaukeln möchte. Und jetzt so auf der anderen Seite, viel Besitz macht halt auch nicht so glücklich, wie man manchmal meinen mag. Und dazu gibt es tatsächlich Forschung, das ab einem gewissen Level von Ausstattung, nenne ich es mal Ausstattung. Das heißt, deine Grundbedürfnisse sind gedeckt, du hast einen gewissen Luxus, du hast Zukunftsabsicherung. Aber alles, was dann noch draufkommt, macht nicht so viel glücklicher, wie man meinen kann. Also wenn du einmal ein schönes Zuhause hast und gesund bist und so weiter und es ist alles abgesichert. Ob du jetzt da noch das Megatorauto hast oder noch diese Klamottenausstattung oder so, das macht von diesem Glücklichkeitslevel nicht mehr so einen Riesenunterschied. Was übersetzt heißt, ab einem gewissen Punkt kannst du dir halt Glück auch nicht kaufen. Nochmal zurückgespult zur Existenzangst, es braucht schon etwas, um dieses Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Aber dann ist es halt nicht exponentiell so, je mehr, umso glücklicher. Was ich schon sinnvoll finde zu wissen. Weil manchmal projiziert man den Mangel dann ja so auf gewisse Sachen. Wenn ich das noch habe, geht es mir gut. Wenn ich das noch habe. Ja, genau. Jetzt habe ich zwar das und das und das, aber wenn ich das Auto noch hätte oder in den Urlaub fahren könnte, dann wäre ich noch glücklicher. Dann würde es mir noch besser gehen. Und das ist ein Trugschluss. Und deswegen, wenn wir den Mangel jetzt mal ausgrenzen, weil das hatten wir ja schon ausführlich, dann kann das schon sein, dass du viel mehr bei dir bist, wenn du weniger Zeit und Aufmerksamkeit in Besitz steckst. Weil es braucht ja auch alles Pflege und es muss sauber gemacht werden und gewartet und so weiter. Naja, und ich sehe das gerade wirklich so bildlich vor mir. Es ist einfach nicht so viel Zeug um dich rum, was dich ablenkt oder beschäftigt oder deine Aufmerksamkeit fordert in irgendeiner Form. Ist ja bei Kindern manchmal. Wenn jetzt ganz kleine Kinder Unmengen an Spielzeug haben. Gerade so, wenn, ich habe da im Kopf so bestimmte Fälle auch aus dem Freundeskreis. Also Fälle in Anführungszeichen. Wenn da ein langersehntes Kind dann da ist und es ist vielleicht sogar noch das erste Enkelkind und so, es gibt nicht so viele Kinder in der Familie, dann kriegen die ja von allen Seiten alles Mögliche und haben mit anderthalb einen Kaufmannsladen, einen Bobbycar, eine Puppenausstattung und so weiter. Und das ist völlig überfordernd für die Kinder. Weil dann muss sie dich auch entscheiden. Das fand ich damals in unserer Zeit in Nepal so faszinierend, mit wie wenig die Kinder dort sich zum Teil den ganzen Tag beschäftigt haben. Voll. Ich nehme uns da ja auch nicht aus. So beim ersten Kind, da kannst du selber noch so die Träume erfüllen, dann noch eine Kugel bahnen und das noch und das noch. Und dann kaufst du die Mordstrümmer und das Kind spielt mit dem Karton. Yay! Siehst du mal, wer sich jetzt hier einen Traum erfüllt hat? Der von meiner Freundin war mal bei mir, der war glaube ich anderthalb. Der hat mit einer Dose, also mit trockenen Kichererbsen, also nicht mit einer Dose Kichererbsen, sondern mit so trockenen Kichererbsen und zwei Schüsseln gespielt. Mehrere Stunden. Glücklich. Oder das Kinderzimmer voll und dann räumen die Zwerge in der Küche die Dopperschüsseln aus. Klopfen mit dem Kochlöffel drauf und haben ihre Band dann und so. Vielleicht wird das da noch ein bisschen nachvollziehbarer. Ja, wenn wir sagen, zu viel kann auch einfach überfordern. Reizüberflutung. Ja, du hast so viel Auswahl. Dann stehst du manchmal davor wie gelähmt, was meiner ganzen tollen Sachen nutze ich denn jetzt. Ja, das stimmt. Von daher, ich möchte immer noch nicht in einen Van ziehen. Aber ich finde die Idee sehr interessant, um das auch mal so aufs eigene Leben zu beziehen und mal zu gucken mit einem wacheren Blick. Ja, genau. Was brauche ich wirklich? Das, was ich nicht brauche, was davon habe ich, aus welchem Grund? Und solange das Freude und Genuss ist, ist ja alles gut. Ja, aber das stimmt. Das ist echt mal, also ich werde da jetzt mal mit einem ganz anderen Blick durch unsere Wohnungen laufen. Mir ging das, wie gesagt, bei Steffi schon so. Und dieses Tiny House, damit könnte ich mich total anfreunden. Hat aber auch ein Stück gebraucht. Weil ich bleibe bei der Bibliothek aus Die Schönhundsbiest. Die hätte ich gerne. Verstehe aber auch meinen Mann ein bisschen besser, weil der hat das immer wieder mal. Dass der sagt, wir haben so viel Zeug und es steht so viel rum und er hätte es gerne luftiger und muss jetzt die Bücherreihe da doppelt stehen. Zweireich und so. Können wir nicht mehr Luft lassen in dem Regal? Ja. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich eine kleine Bücherfixierung habe. Ich finde auch, man hat nie zu viele Bücher, sondern höchstens zu wenig Regal. Aber bei allen anderen Sachen lasse ich mit mir reden. Wir haben es jetzt schon 500 Mal gesagt. Bleibe dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, Rückmeldungen zu schreiben. Wie es euch da so geht. Weil es kann ja auch sein, dass jetzt jemand von euch dabei ist und sagt, nee, ich fühle mich umso wohler, wenn ich es kuschelig habe um mich rum. Und das noch und das noch und das noch. Ja, verstehe ich auch irgendwie. So mit hier Kerzen und dort und da noch einen schönen Strauß und da noch Blumen und hier noch Kissen und so. Das ist ja auch eine Form von Gemütlichkeit. Ja, da muss ich selber noch mal drauf rumdenken, merke ich gerade. Ist auch, wenn ich jetzt so an die Paare denke, mit denen ich gerade arbeite, immer mal wieder wirklich Konfliktpotenzial in Beziehungen. In dem Moment, wo man zusammen wohnt und da so unterschiedliche Bedürfnisse hat. Die einen wollen viel und schön Deko und ach. Die anderen sagen, schmeiß den Klatsch raus. Ach, kein Mensch. Das sind nur Staubfänger. Gar nicht so einfach, das dann zu vereinen. Ja, genau. So als Tipp, in dem Fall hat es sich bewährt, sich unterschiedliche Ecken in der Wohnung zuzugestehen. Also das ist meine kleine Altarecke. Da kann ich Grosch sammeln, was ich will. Da musst du lernen, mit umzugehen. Und bei einem anderen Bereich können wir es so oder so machen. Du grinst. Wir sind da schon sehr unterschiedlich zu Hause. Bei uns geht's. Also das, bei uns ist immer das Witzige, dass wir beide den, was heißt Anspruch, aber wir hätten es gern häufig aufgeräumter. Wir sind aber einfach beides Chaoten. Punkt. Ja, und ihr geht halt auch lieber deine Runde spazieren oder raus und macht was Schönes, als zu sagen, so und jetzt räumen wir auf. Ja, und es hält auch nie lange. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen unplanmäßig an diesem Thema hängen geblieben, ne? Ja, irgendwie hatten wir ein bisschen mehr auf der Liste. Können wir noch ganz kurz in den Raum schmeißen, was ich hier auf meinem schlauen Zettel habe. Das fand ich nämlich so cool. Die Marika hatte gesagt, an einer bestimmten Stelle, dass sie es nicht zugelassen hat, dass andere Leute ihre Ängste auf ihr abgeladen haben. Stimmt. Da ging es darum, wo sie, wo ich sie, glaube ich, gefragt habe, haben dich die Leute denn nicht für verrückt gehalten? Und wie machst du das im Winter? Und es ist doch kalt. Und sie hat das sofort abgeblockt. Und also sehr freundlich, ne? Nicht irgendwie jetzt schnippig oder so. Aber hat gesagt, das sind ja nicht meine Ängste. Das ist das Problem von den anderen, wenn die diese Vorstellung haben. Mein Problem war das nicht. Das fand ich eine ganz spannende Reaktion auch von ihr. Ja. Und da hat es mich selber auch kurz so geschüttelt und gesagt, ja, ja, stimmt. Das irgendwie immer mal zu überprüfen in so Situationen. Ist das jetzt eigentlich meine Angst? Oder ist das jetzt die Angst des Anderen, der mir gegenüber sitzt? Fand ich mega spannend. Also der Part ist mir auch hängen geblieben und war so für mich so, mein innerer Notizzettel hat einen Punkt mehr gekriegt. So in Gesprächen, wenn es um sowas geht. Also es ging uns ja jetzt mit dem Hauskauf auch so ein bisschen so, dass da ja von anderen Leuten auch Ängste an uns herangetragen wurden. Und da für mich auch noch mal zu gucken, okay, was war denn da eigentlich? Ist das meine Angst oder ist das gar nicht meine Angst? Sondern dem anderen seine. Genau. Wenn das jemand sagt, dem würde es so gehen an deiner Stelle. Genau. Das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Das hat jetzt thematisch überhaupt nicht gepasst. Aber ich fand das, das wäre schade, wenn das nicht noch mal erwähnt worden wäre. Und sie hat ja eben auch gesagt, dieses ständige, oh, das ist aber mutig. Sie hat mich da wirklich auch angeguckt. So, hä, wieso? Weil sie da so angstfrei war. Und wenn du da keine Angst hast, dir die Sorgen nicht machst, ist es natürlich auch kein Mut, sondern sehr folgerichtig. Dann möchte ich das halt jetzt. Genau. Aber fand ich auch sehr, sehr cool. Und daheim saß jemand neben mir, der da sehr bewundernd hingeschaut hat. Ja, ich glaube, Marika ist da echt, ich kenne sie ja nicht, ich kenne sie ja nur von dem einen Gespräch, aber ich glaube, dass sie da echt sehr praktisch ist. Sie hat gesagt, dieser Job, der war es nicht mehr. Sie wusste, sie kann da nicht bleiben. Die Corona-bedingten Schließzeiten haben das da noch ein bisschen verzögert. Aber das war ganz klar, ich muss das jetzt ausprobieren. Wenn ich da bleibe, bin ich unglücklich. Mache ich halt jetzt. Das heißt ja nicht, dass ich das in 20 Jahren noch genauso mache. Aber ich muss das jetzt probieren. Und dann macht sie halt einfach. Und bis jetzt läuft das ja mega. Also sieht ja gut aus. Die Richtung sieht gut aus. Das ist auch sehr cool, mal wieder als Impuls so hunderttausend Sorgen machen und nochmal drüber nachdenken und aus dem Blickwinkel nochmal betrachten, machen sie jetzt nicht immer besser. Und sie ist ja nicht leichtsinnig. Sie hat sich das ja durchaus durchdacht. Waren ja da durchaus viele strategische Überlegungen dahinter, aber sie hat sich nicht aufgehalten mit 101 Horrorszenarien und was wäre, wenn und das könnte noch schief gehen und das und das und das. Hat mir auch immer wieder gut getan, zu sehen, das geht. Ja, so diesen Pragmatismus da einfach dann irgendwann an den Tag zu bringen. So dieses, kann ich jetzt schon noch hundert Jahre drüber nachdenken, aber ich kann jetzt, also sie hat es ja selber auch gesagt, loslaufen, gehen, tun. Jetzt haben wir die vielen schönen Sachen ausgeklammert, die sie noch so erzählt hat, mit viel Atem und so. Das ist ein wichtiges Thema, auch ein Liebhaberthema von mir, weil so einfach, so viel Wirkung. Aber da verweise ich euch auf ihre Seiten. Sie macht ja dazu ganz viel. Da könnt ihr euch ja bei ihr dann umgucken. Ja. Lassen wir das so stehen erstmal. Auch am Ende dieser Folge, wie die letzten Male, habe ich mal wieder den Gedanken, vielleicht sollten wir doch mal wieder früh aufnehmen, wenn wir ein bisschen frischer sind. Nicht nach so langen Tagen. Aber es hat sich noch keiner von euch beschwert. Wenn es euch zu chaotisch wird, sagt Bescheid. Dann verschieben wir die Arbeitszeiten, die Aufnahmezeiten. So, wollen wir es dabei lassen oder möchtest du noch was mit reinbringen? Nee. Wir haben ja jetzt noch so ein paar Sachen nachgeschoben, die jetzt thematisch nicht, nicht ganz so zu dem gepasst haben, was wir vorher erzählt haben, aber die waren jetzt schon noch wichtig. Ich hänge auch echt bei dem, bei dem Anfangsthema noch. Vielleicht sollte ich doch auch mal wieder aufräumen. Ausräumen. Mache ich ja regelmäßig. Haben wir im Lockdown auch echt viel gemacht. Dadurch, dass wir die Zimmer gewechselt haben, bei uns so rumgebaut, damit jedes Kind einen eigenen Arbeitsplatz hat, beim Homeschooling, habe ich meinen drei Meter Kleiderschrank verloren, in dem alles drin war. Bettwäsche und Handtücher und alles. Da haben wir schon sehr großzügig ausgemistet. Und da habe ich aber auch mal wieder gemerkt, ich habe noch Sachen aus meiner ersten Studentenbude, die ich von zu Hause mitgenommen habe. Weil ist ja noch gut, kann man ja nicht wegschmeißen. Ja, ja, kenn ich. So Uraltbettwäsche und so. Kenn ich. Ja gut, aber wir überlassen euch mal euren Gedanken und drehen jetzt keine neue Runde. Ihr Lieben, meldet euch, schreibt uns, feedbackt. Das könnt ihr wie immer machen, entweder über Facebook oder über Instagram oder per Mail. Bei den Social Medias haben wir den, die Mutmachgespräche als Profil. Mail ist post at franziska-ivanof.de Ich werde alles fleißig mit Sophie teilen. Es ist eh mal wieder ein Gedacht, ne, für Dezember. Das haben wir jetzt das ganze Jahr nicht gemacht. Eine Feedback- und Fragenfolge. Ja, genau. Oh ja. Her mit euren Fragen. Schieben wir aber noch ein bisschen. Nächste Woche ist wieder Pause. Dann kommt erst mal das Mutmachgespräch, das Interview mit dem Vogelmeier. Und dann schauen wir mal, was uns noch erwartet bis Weihnachten. Aber im Dezember machen wir eine Feedback- und Fragenfolge. Das ist jetzt mehr die Info an Sophie aber auch an euch. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Dann hören wir uns bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.